2020 erwarten dich 1124 Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung. Davon werden dann zufällig 20 aus dem Grundstoff und 10 klassenspezifische für dich ausgesucht. Für diese 30 Fragen hast du dann 45 Minuten Zeit. Jede Frage kann zwischen 2 und 5 Fehlerpunkten geben. Die Prüfung gilt dann als nicht bestanden, wenn du mehr als 10 Fehlerpunkte hast oder 2 Fragen mit jeweils 5 Fehlerpunkten falsch beantwortet hast. Der TÜV berechnet zur Zeit für eine Theorieprüfung 22,49 Euro, wobei jede Fahrschule für jede Vorstellung der Prüfung noch einmal zwischen 50 und 80 Euro von dir haben möchte. Um dich auf die Theorieprüfung vorzubereiten, bist du leider auf dich alleine gestellt, da das, was dir im Theorieunterricht beigebracht wird, leider nicht viel mit der theoretischen Prüfung zu tun hat. Auf diesem Kanal findest du alle Antworten zu allen Fragen, die 2020 auf dich warten können. Um keine Videos mit wichtigen Informationen zu verpassen, kannst du den Kanal jetzt hier kostenlos abonnieren. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich unglaublich über ein Like von dir freuen. Du kannst die Videos auch mit deinen Freunden teilen, um ihnen bei ihren Führerscheinen zu helfen. Mein Name ist Philipp Hirschfeld und ich zeige dir alles, was du für die theoretische Prüfung wissen musst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im letzten hatten wir ja schon das Thema mit dem Überholen und hier geht es auch heute weiter. Was ist Voraussetzung für das Ausscheren zum Überholen? Also Ausscheren bedeutet, du fährst zum Beispiel hinter einem LKW her und möchtest es auf den linken Fahrstreifen wechseln. Das ist nicht Voraussetzung. In manchen Ländern wird das gemacht, um den Hintermann zu signalisieren, ja komm, fahr vorbei. Aber das hat ja in Deutschland keine Bedeutung. Damit ist gemeint, wenn du gerade überholt wirst, also wenn hinter dir ein Fahrzeug fährt, auf dem linken Fahrstreifen, dass du da nicht einfach links rausziehst, klar. Also dicht natürlich auf gar keinen Fall. Du wartest so lange, bis du ihn komplett im Innenspiegel sehen kannst. Das wieder einordnen, rechtzeitig und deutlich anzeigen. Genau, das machst du normalerweise, indem du den Blinker rechts setzt. Ohne den Überholten zu behindern, sobald wie möglich wieder nach rechts einordnen. Ja, sobald wie möglich, genau. Das ist in dem Fall, wenn du ihn komplett im Innenspiegel sehen kannst. Genau, das hatten wir schon im letzten Video. Rechts oben, klick auf die Infocard, da kommst du dann zur Playlist, wo du alle Fragen verfilmt hast. Genau, also wir müssen wesentlich schneller fahren als das Fahrzeug, welches wir überholen. Wer überholt wird, darf seine Geschwindigkeit nicht erhöhen. Das ist auch richtig, sonst würde ja der Überholvorgang ewig dauern. Wie müssen Sie sich verhalten, wenn Sie überholt werden? Okay, wenn wir überholt werden, dann dürfen wir auf gar keinen Fall die Geschwindigkeit erhöhen. Möglichst weit rechts fahren. Ja, das klingt gut. Das klicken wir auch an. Geschwindigkeit nicht erhöhen. Geschwindigkeit nicht erhöhen. Also da musst du einfach aufpassen, ob da irgendwelche Wörter noch dazwischen stehen. Auf welcher Seite ist eine Straßenbahn zu überholen, die in der Mitte der Fahrbahn fährt? Keine Einbahnstraße. Also das musst du dir so vorstellen, das musst du dir einfach vorstellen. Eine Straßenbahn fährt ja meistens auf den Schienen in der Mitte der Straße. Also dementsprechend fahren die Autos ja rechts von der Straßenbahn. Also wird die Straßenbahn dann rechts überholt. Links nur dann, wenn rechts andere Fahrzeuge die Fahrbahn versperren. Nein, und wenn auf der rechten Seite ein Fahrzeug steht, dann darf ich natürlich nicht über die Schienen und dann im Gegenverkehr die Straßenbahn überholen. Also in dem Fall ist nur rechts richtig. Straßenbahn wird immer rechts überholt. Wenn die Fahrbahn, keine Einbahnstraße, rechts neben der Straßenbahn durch andere Fahrzeuge versperrt ist. Wenn die Schienen zu weit rechts liegen. Natürlich. Also wenn die Schienen auf der rechten Seite liegen, dann musst du sie ja praktisch links überholen. In Einbahnstraßen. Ja, in Einbahnstraßen natürlich, weil da kommt ja kein Fahrzeug entgegen. Also sollte nicht. Welche Fahrzeuge dürfen nur mit besonders großem Seitenabstand überholt werden? Straßenbahnen, Motorräder, Fahrräder. Achtung, mit besonders großem Abstand. Und das sind Motorräder und Fahrräder. In welchen Fällen müssen Sie blinken? Vor dem Ausscheren, zum Überholen oder zum Vorbeifahren. Ja klar, also bevor ich überhole, muss ich natürlich den Blinker setzen, klar. Vor dem Wiedereinordnen, nach dem Überholen. Das ist auch richtig, um den Fahrstreifenwechsel anzukündigen. Beim Verlassen einer abknickenden Vorfahrtstraße in gerader Richtung. Natürlich nicht. Wenn ich geradeaus weiterfahre, dann darf ich den Blinker natürlich nicht benutzen. Welches Fahrzeug muss warten, wenn eine Baustelle die halbe Fahrbahn blockiert? Okay, also stellen wir uns vor, wir haben eine Straße und da ist ein Hindernis, in dem Fall eine Baustelle. Und die Baustelle ist auf unserer Seite. Dann müssen wir warten. Also immer die Seite, die das Verkehrshindernis hat. Das Fahrzeug auf der freien Fahrbahnhälfte. Das darf fahren. Das Fahrzeug, auf dessen Seite die Baustelle ist. Genau, das muss warten. Immer das kleinere Fahrzeug. In Deutschland nicht. Wer muss warten? Genau, da haben wir es ja schon praktisch visualisiert. Wir haben das Verkehrshindernis, da steht ein Transporter. Dementsprechend darf der blaue Pkw zuerst fahren. Wir müssen warten. Der Entgegenkommende muss warten. Nein. Ich muss warten. Wir müssen warten. Was müssen sie tun, wenn sie den Fahrstreifen wechseln wollen? Vor dem Fahrstreifenwechsel immer stark abbremsen. Also das wäre das Schlechteste, was du machen kannst. Auf den nachfolgenden Verkehr achten. Natürlich. Du benutzt immer Spiegel, Blinker und schaust in den toten Winkel, bevor du das tust. Fahrstreifenwechsel rechtzeitig ankündigen. Und rechtzeitig ankündigen, damit ist halt gemeint, dass du rechtzeitig den Blinker betätigst. Sie wollen nach links abbiegen. Wann haben Sie auf den nachfolgenden Verkehr zu achten? Lediglich einmal vor dem Abbiegen. Vor dem Einordnen und noch einmal unmittelbar vor dem Abbiegen. Genau. Das ist die richtige Antwort. Zwei Fahrzeuge kommen sich entgegen und wollen beide links abbiegen. Wie müssen sie sich im Regelfall verhalten? Okay. Ganz, ganz wichtig. Das wird in der Praxis sehr oft falsch gemacht. Und gerade in den Prüfungen. Also stell dir eine Kreuzung vor. Du möchtest links abbiegen. Und der Entgegenkommende möchte auch vor dir links abbiegen. Jetzt habe ich es ja schon gesagt. Also voreinander. Nicht hintereinander. Sondern sie biegen immer. Sie biegen voreinander ab. Voreinander ab. Zwei Fahrzeuge kommen sich entgegen und wollen beide links abbiegen. In welchen Fällen müssen sie darauf verzichten, voreinander links abzubiegen? Oh, das ist eine blöde Frage. Machst du das nämlich in der Prüfung so? Also in der praktischen Prüfung? Dann wäre die Prüfung nämlich vorbei. Wenn Markierungen auf der Fahrbahn es verbieten. Ja klar. Also es gibt natürlich auch Kreuzungen, da wird hintereinander abgebogen. Aber nur, wenn die Markierungen auf der Fahrbahn das so anweisen. Wenn der entgegenkommende Linksabbieger kurz vor der Kreuzungsmitte anhält. Nein, das ist ja richtig so. So soll es ja auch sein. Wenn sie erkennen, dass der entgegenkommende Linksabbieger hinter ihnen abbiegen will. Ja genau. Also sprich, du möchtest Linksabbiegen und ordnest dich richtig ein. Aber ja, hier erkennen wir anscheinend, dass er es falsch macht. Und in der Theorieprüfung ist es richtig, dass wenn er es falsch macht, wir es auch falsch machen sollen. Und würdest du das in der Praxis machen, dann wäre die Prüfung leider vorbei. Was kann bei mehrspurigem Abbiegen zu besonders gefährlichen Situationen führen? Was kann bei mehrspurigem Fahrstreifenwechsel während des Abbiegens? Ja, das auf jeden Fall. Also mehrspuriges Abbiegen musst du dir vorstellen. Du stehst zum Beispiel an einer Ampel und es gehen zwei Fahrstreifen nach links. Wenn du dich auf dem linken eingeordnet hast, dann musst du natürlich den rechten freilassen. Tust du während dem Abbiegen einen Fahrstreifenwechsel durchführen, dann ist die Prüfung unter Umständen auch vorbei, wenn du nicht geschaut und nicht geblinkt hast. Genaues Einhalten des Fahrstreifens. Zu schnelles Fahren. Gut, also zu schnelles Fahren ist meistens auch immer blöd. Alle drei Fahrzeuge wollen links abbiegen. Wer hat sich richtig eingeordnet? Du musst dich ja möglichst weit links einordnen, also dementsprechend der gelbe. Der grüne steht natürlich falsch. Dieses blaue Verkehrszeichen sagt ja schon, dass du rechts an dieser Insel vorbeifahren sollst. Im Prinzip dürfte auch der Lkw links abbiegen, da wir ja einen unmarkierten Fahrstreifen haben. Aber dennoch möglichst weit links, also in dem Fall der gelbe. Nach dem links abbiegen wollen sie sofort rechts abbiegen. Wie ordnen sie sich ein? Genau, also das wäre jetzt zum Beispiel mehrspuriges Abbiegen. Und wenn wir schon wissen, also wenn der Prüfer zu dir sagt, biegen sie jetzt die nächste links und die darauf folgende dann rechts ab, dann ordnest du dich natürlich so ein, dass du von dem rechten Fahrstreifen aus links abbiegst, damit du das dann einfacher hast, bei der nächsten Kreuzung wieder rechts abzubiegen. Also in dem Fall so wie der rote Pkw. Wer muss die Fahrtrichtungsänderung anzeigen? Das hatten wir ja gerade ein paar Fragen davor. Wir fahren geradeaus, dementsprechend müssen wir natürlich nicht blinken. Klar. Aber Achtung, wir verlassen die Vorfahrtstraße. Dementsprechend hat das Motorrad natürlich Vorfahrt. Wer muss es anzeigen? Ich muss es anzeigen. Entschuldigung, Entschuldigung. So, wer muss es anzeigen? Der Motorradfahrer muss es anzeigen. Sie kommen aus einer Straße mit abgesenktem Bordstein und wollen in eine andere Straße einbiegen. Von links kommt ein Pkw. Was gilt hier? Gut, das ist eine Ausnahme. Da gilt die Regel rechts vor links nicht. Wenn du über einen abgesenkten Bordstein fährst, dann hast du hier keine Vorfahrt. Der abgesenkte Bordstein ist für die Wartepflicht ohne Bedeutung. Die Regel rechts vor links. Wer über einen abgesenkten Bordstein in eine Straße einfährt, ist wartepflichtig. Okay, das ist richtig. Da gibt es ein paar Ausnahmen und darunter fällt dann die Sache mit dem, wenn du über einen abgesenkten Bordstein fährst. Wie verhalten Sie sich beim Anfahren vom Fahrbahnrand? Blick in den Rückspiegel genügt. Blinken. Rückwärtigen Verkehr beobachten. Also natürlich zeigen wir es an mit dem Blinker und wir beobachten natürlich auch den Verkehr durch die Spiegel und kurz bevor wir losfahren, schauen wir natürlich noch in den toten Winkel. Bei stockendem Verkehr müssen bestimmte Bereiche freigehalten werden. Welche sind dies? Grundstückseinfahrten. Nein, die musst du nicht freihalten. Kreuzungen. Kreuzungen musst du freihalten. Bahnübergänge. Und Bahnübergänge natürlich auch. Stell dir vor, es kommt irgendwann Zug, das wäre natürlich ziemlich schlecht für uns. Bei stockendem Verkehr müssen bestimmte Bereiche freigehalten werden. Welche sind dies? Einmündungen. Ja, also eine Einmündung ist ja so ähnlich wie eine Kreuzung. Nur eine Kreuzung hat halt vier Straßen, eine Einmündung nur drei. Bushaltestellen mit Zickzacklinien. Nein, das nicht. Fußgängerüberwege. Ja, der Fußgängerüberweg muss frei bleiben. Wie verhalten Sie sich? Okay, die Straße ist anscheinend nicht breit genug für uns beide. Dementsprechend gibt es hier ein Verkehrszeichen. Rot und rund ist gleich Verbot. Also sprich, wir müssen warten, der Gegenverkehr darf zuerst fahren. Man sieht auf dem Bild auch ganz gut, dass der Gegenverkehr ein eckiges Verkehrszeichen hat. Okay, also seins ist eckig und blau. Unseres ist rot und rund. Blau ist ja immer Gehboot und rot ist Fährboot. Also so wissen wir gleich, dass er fahren darf und wir stehen bleiben müssen. Weiterfahren und auf den Gehweg ausweichen. Beschleunigt weiterfahren, weil der Gegenverkehr warten muss. Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten. Wo ist das Halten verboten? An engen und an unübersichtlichen Straßenstellen. Genau, wie gerade zum Beispiel eine Situation, da hätten wir nicht parken dürfen. Unmittelbar hinter Fußgängerüberwegen. Achtung, hinter Fußgängerüberwegen darfst du halten und parken. Vor Fußgängerüberwegen nicht. Also da erst wieder fünf Meter davor. Dahinter ist es egal. Auf Bahnübergängen. Genau, das hatten wir ja schon zwei Fragen davor mit dem Bahnübergang. Wo ist das Parken verboten? Am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert wird. Das ist richtig. Also stelle dir vor, es gibt Parkplätze und du stellst dich einfach nicht auf den Parkplatz, sondern irgendwo anders hin und blockierst damit den Parkplatz. Das ist damit gemeint. Auf Vorfahrtstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften. Auf Vorfahrtstraßen innerhalb geschlossener Ortschaften. Und das musst du auch wissen, denn außerorts auf Vorfahrtstraßen ist das Parken verboten. Wo ist das Halten verboten? Auf markierten Fahrstreifen mit Richtungspfeilen. Ja, sonst würde man ja die Markierungen nicht mehr sehen. An Taxenständen. Da ist das Halten auch verboten. Auf der Fahrbahn, wenn rechts ein geeigneter Seitenstreifen vorhanden ist. Das ist auch richtig. Wo ist das Halten verboten? Auf Fußgänger überwegen, sowie bis zu 5 Meter davor. Okay, das haben wir vorhin gehabt. Also was ich versucht habe zu erklären, du darfst nicht auf dem Fußgängerüberweg parken und halten. Und danach ist es egal, aber davor musst du mindestens 5 Meter Platz einhalten. Unmittelbar hinter Fußgänger überwegen. Da ist es erlaubt. Über Schachdeckeln. Äh, ja, jetzt, pass auf. Also, grundsätzlich darf ich, naja, doch, 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 halten darf ich schon über Schachdeckeln. Ich darf nur, wenn das Parken auf dem Gehweg erlaubt ist, nicht über Schachdeckel parken. Aber mit dem Halten hat es nichts zu tun. Okay, das ist eine Frage, da musst du echt aufpassen. Wenn das Parken auf dem Gehweg erlaubt ist, ist er nur für Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von 2,8 Tonnen erlaubt? Wenn es vorgeschrieben ist. Und dann darfst du nicht über Schachdeckel parken. Aber hier geht es um das Halten und hier ist auch nicht die Rede von einem Gehweg. Dementsprechend kreuzen wir das hier nicht an. Das kommt bestimmt später nochmal irgendwann dran. Wo ist das Parken verboten? Am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert wird. Das hatten wir gerade. Unmittelbar hinter Fußgänger überwegen. Da dürfen wir. Vor Bordsteinabsenkungen. So, und jetzt haben wir die Sache mit dem Bordstein. Diesmal ist das Parken, also geht es um das Parken und das Parken vor Bordsteinabsenkungen ist verboten. Das Halten ist in Ordnung, aber das Parken ist nicht erlaubt. Wo dürfen Sie in Fahrtrichtung links parken? Wo Schienen auf der rechten Seite verlegt sind? Also grundsätzlich darf ja nur auf der rechten Seite in Fahrtrichtung geparkt werden. Wenn allerdings auf der rechten Seite Schienen verlegt sind, dann darf ich auch links in Fahrtrichtung parken. In Einbahnstraßen? Genau, in Einbahnstraßen auch, denn da zeigen ja auch die Fahrzeuge auf der linken Seite in Fahrtrichtung. Wo rechts das Parken verboten ist? Nein, dort nicht. Also nur in Einbahnstraßen und wenn auf der rechten Seite Schienen verlegt sind. Also warten ist natürlich kein Parken. Parken ist, wer länger als drei Minuten hält und wer sein Fahrzeug verlässt, der parkt. Welcher Mindestabstand muss vor einem Fußgängerüberweg beim Halten oder Parken eingehalten werden? Das waren die fünf Meter aus den letzten Fragen. In welchem Bereich Vor- und Hinterkreuzungen und Einmündungen ist das Parken verboten? In welchem Bereich? Das sind fünf Meter. Das sind auch fünf Meter. Also ungefähr eine Fahrzeuglänge. Wie weit muss man beim Parken außerorts vom Andreaskreuz mindestens entfernt bleiben? Außerorts, Achtung, das sind 50 Meter. Innerorts wären es dann fünf Meter. Sie wollen innerorts vor einem Andreaskreuz parken. Welche Entfernung müssen Sie mindestens einhalten? Wie weit vor und hinter einem Haltestellenschild dürfen Sie nicht parken? Einem Haltestellenschild, also einer Bushaltestelle. Und das wären dann 15 Meter. Das notierst du dir am besten irgendwo. Beziehungsweise ich habe ja auch alle Zahlen im Videokurs erläutert. Den Link findest du wieder wie unten in der Videobeschreibung. Und da sind alle Fragen drin, die mit Zahlen zu tun haben, die du für die theoretische Prüfung brauchst. An Haltestellen darf nur gehalten werden, wenn Busse nicht behindert werden. Wie lange dürfen Sie dort höchstens halten? Das waren die drei Minuten aus der Frage vorhin. Gut, wir haben wieder 36 Fragen durch und dann machen wir hier eine kurze Pause und sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.